So, zu laut, zu laut, zu laut. So, können wir das lassen. Schön ist das. Viel besser gleich. So, was wollte ich jetzt sagen? Äh... Ich erinnere mich. Genau, ich wollte sagen, willkommen bei Busnummer 2009. Das ist keine extrem schlechte Episode, das ist auch keine extrem gute Episode. Das liegt daran, dass... Wie soll das sagen? Irgendwie ist nicht da eine Entscheidung gefallen, wo eine Entscheidung hätte fallen sollen. Das wird doch schon in Einfaltagen. Und da bin ich dann noch recht gelassen. Und... Ja, das was sehen wir dann. Das sehen wir dann in Einfaltagen. Also, machen wir einfach jetzt mal was. Also fahren wir mal wieder in eine Fahrt. Mit Klopper. Mit Klopper fahren wir mal. Boah, geil. Fahr nicht so mit einem anderen Bus, dadurch wird dieses ganze Tanksystem nochmal mehr durch die... Äh, Schüttelbox geschüttelt. Schütteln. Das wird lustig. Nein. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, Juri. Ach, Juri. So. Schütteln. Ja, ich wollte sagen, wenn man bald ein bisschen es geladen hat. Und dann sehen wir weiter. Na, wir machen weiter. Na, wir machen weiter. Weiter machen wir. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wie? Ja, wie? Wie? Ich war auch hier ein bisschen. Es ist so, wo du ein bisschen... Das war eigentlich an sich ein sehr angenehmer Tag gewesen. Ja, das war da hinter mir, wo ich ihn hinter mir habe, bin ich eigentlich sehr glücklich. Ja, man muss sagen. Und der Rest erfolgt dann. Ja, ein paar Tage und so. Bis dann, da geht das. Alles wird positiv ausreiten. Von daher ist das Ganze wieder Prüfung, ist eigentlich schon bald vorbei. Und dann können wir uns auch wieder mehr Let's Playen und ähnlichen Sachen widmen. Aber da müsst ihr euch noch bis jetzt wieder eine Woche gedulden. Da müsst ihr jetzt noch wieder eine Woche mehr warten. Und dann sehen wir weiter. Das tut mir wirklich leid. Aber das ist ja wie immer. Da hat er das echt Leben, ein bisschen Vorrang. Naja. Ist der hier nun auch egal? Ich, äh... Warte, ja. Warte jetzt mal weiter, bis das Ding hier fertig geladen hat. Es ist schön, dass Bus-Tung-Lad heute so lange braucht. Hör, 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 hör. Ich hab mir eh genug zu sagen. Ich hab eh keinen Dierpaar. Ich hab sehr Zeit. Weil er viel zu lange zu laden braucht. Das schafft man nur, wenn man es schon vorher hat laden lassen. Aber das mach ich nicht. Weil ich würde diese Bus-Tung-Lad so gesund, so kurz wie möglich haben. Weil dieses Spiel... Meine Güte, so langfristig ist es eigentlich ganz schön auszusehen. Mal gewürzig dran. Ich glaube, wenn ich das jetzt aufgeben fertig hab, dann mach ich gleich ein neues. Hey, guck mal, das ist ja wie Baumfall-Symbol. Warum macht das hier wie Holzfäller-Symbol? Nicht Baumfall-Symbol. Holzfäller-Symbol, mach ich dann als nächstes. Das wird witzig. Naja, egal. Das wird schon. Na so, machen wir's mal. Gut, Fahrt beginn. Na, die Leute mal einsteigen. Na, ist auch gut. Ah, Leute, steigt ein. Ihr seid so cool. Seid ihr coolsten Einsteiger überhaupt, ihr, ihr seid voll gut einsteigen. Ja, Ratz, 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 Ratz. Hm, da fahren wir mal ne Runde. Wohin, weiß ich nicht. Hm. Ich kann überall hinfahren an sich. Ich kann überall hin. Egal, aber wir fahren. Oh, stimmt, der Ali wollte hier eine Linienfahrt machen. Oh, egal. Ja, fahren die Leute auch irgendwo anders, das ist ja nicht so wichtig. Ich hoffe, wo wir noch lang fahren, wenn wir auf Strecke nehmen, das bleibt ja wohl mir überlassen, wa? Woher ist das, dass wir hier lang, der geht seit hier lang. Ja, schön. Ja, ich bin 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 Links klar und noch willst du rechts klar Du bist rechts und bist links Nüß rechts Nüß links Rechts Links Rechts Links Rechts Lass uns mal fünf Minuten rum sein Schaut mal bitte auf die Zeit Ich glaube das ist noch dauert Oh, fern wir bist hier, wir bist noch auf der Seite Oh jetzt, barrel roll Oh Das sah doch interessant aus. Das sah doch irgendwie interessant aus wie gesagt. Hm. Egal. War das also nächstes Mal gleich? Ja. Das wär nett. Ne. Wurde an gut. Das ist nicht nett. Nach links fahren. Nach rechts fahren. Fuss fahren. Fangen schon auf dem selben Niveau wie Karpel ab. Egal. Heute muss er sein. Heute krieg ich nicht mehr zustande. Heute kann ich nur nach links und nach rechts fahren. Heute kann ich nicht mehr. Heute... Was zur Hölle? Ich frag lieber nicht. Ich weiß welcher Artist das ist. Okay. Fahren wir einfach los. Wir machen einfach weiter. Ist doch egal. So. Ähm. Ist das nur die Frage, wo kann man denn hinfangen in so einer Zeit? In Zeiten der Not. Wo fährt man da hin? Nach links oder nach rechts? Das ist schon die Frage, die die ganze Zeit steht. Wollen wir nach links oder nach rechts fahren? Genau. Das ist es gerade. Das war aber nach links. Nach rechts fahren. Nach rechts fahren. Nach links fahren. Jetzt war's da falsch. Platsch. Bumm. Oh, das war doch schön. Das hat doch Spaß gemacht, oder? Hat das nicht Spaß gemacht? Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Oh, schön. Was ist denn da? Links und rechts fahren nicht so schön. Rechts fahren. Links fahren. Links fahren. Hey. Hey. Das ist keine ganze... Ich mach' die ganze verdammte Gesunde und so. Geil. Ich glaub' ich bin doch zu leise. Auch egal. Bus zu laufen. Wenn ich Lust bin, da brauche ich keine Qualität zu haben an sich. Das ist nur eine Mindestanforderung und bestimmte Mindestqualität haben. Woran ich mich halten sollte. Mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Nach links fahren können wir jetzt. Aber dann wollen wir jetzt nicht sagen. Nach rechts fahren. Aber man weckt uns immer ab mit nach links und rechts fahren. Als nächstes müssen wir wieder nach links fahren. Bro. Also. Nach links fahren. Wo ist er denn nicht links gefahren? So. Und als nächstes müssen wir wieder nach rechts fahren. Das klappt ganz gut. Wirklich. Das ist ein tolles System. So. Als nächstes fahren wir wieder nach rechts. Auch wenn ich vorher noch gar nicht daran gehalten habe. Wie ist er jetzt gerade am Anfang? Hm. Aber ich tue es halt irgendwie ne? Oh nein, jetzt sage ich, dass wir nach links fahren. Oh ja, das macht Spaß. So. Dann können wir wieder nach rechts fahren, wenn möglich. Wenn. Wenn möglich. Bitte. Wenn. Oder nach rechts fahren. Klatsch. Hallo. So. Okay, ich musste irgendwie weiter fahren. Wie gesagt, wir musste hier aus dem Weg. Okay. Das passt schon. Oh gut. Hat doch nicht klappt. Jetzt bin ich nach links und bin nach rechts gerade abgebogen. Nach rechts, ich erinnere mich. Das war diese scharfe Gruppe, also müssen wir jetzt nicht nach links. Okay. Das war links, da bin ich wieder nach rechts. Okay. Nach rechts, da ist ne Lampe. Heute wird auch mal wehen. Die Lampe stand im Weg. So, weiter geht. So, jetzt müssen wir uns jetzt wieder nach links fahren. Mir ist mir auch aufgefallen, dass wir Leute drinnen haben. Leute. Leute sind cool. Nach links und dann nach rechts. Irgendeine unsichtbare Mauern fahren. Irgendeine unsichtbare Mauern fahren. Das macht Spaß. So. Hehehe, nach rechts. Und fertig ist. Gut. Werden wir das heute schonmal? Ok. Oh, nein. So. So. Woher. Werden wir nach rechts oder nach links gefahren? Oh. Die Episode ist um. Wollte nur mal sagen. Oder nicht. Heißt das nicht? Nein, nein. Der ist noch nicht um. Es ist,h... Nein, nein. Es geht noch weiter. Die sind noch nicht am Ende mit dem Lied. Ich hab' ich fast getäuscht! Okay, naja, bis wir ran. Was soll's, ich dreh' nochmal richtig durch. Ja, los, mach! Na, jetzt war's ja klar. Einfach durchdrehen. Das war ja so, wie ne Katze. Oh, Fergie frisst sich wieder ins Spiel rein. Ach, ihr lieber hab' ich. Ich bin müde. Schon bemerkt? Ich bin richtig müde. Ich finde, ich will gut und müde sein. Ich finde, ich kann das gut. Dann so ein Lebensplan. Schon mal geradeaus gefahren. Zuhause Abwechslung gemacht. Gleich wieder komische Stoß und dann ist alles vorbei. Hier kann ich nicht langfahren, warum nicht? Also, weil so ein Ding im Weg ist. Aber da kann ich auch nicht langfahren, dass es so ein Ding im Weg ist. Okay. Was ist denn da nicht so ein Ding im Weg? Wir sind einfach zu Dings gesetzt. So, ich hab Fußgänger verletzt, wenn ich rückwärts gefahren bin. Nichts so schlimm. Viel Schlimmeres. Da werden echt noch schlimmere Dinge. So. Ja, links. Nach rechts fahren. Und dann nach rechts. Ich kann nochmal einparken. Okay. Ja, wir fahren jetzt so. Zu Ende. Ja. Zu Ende. Bis denn. Ciao. Aus. Follow Mädels. Untertitelung des ZDF, 2020